Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Watch Dogs 2. Wir haben ein Crewmitglied weniger. Horatio wurde von einer Gang ermordet. Und wie es scheint, sind wir gerade auf einer Art Vendetta. Denn wir wollen alles tun, damit diese Gang gerade über den Jordan geht, bzw. massivst gestört wird. Und ich bin schon am Hafen. Dort sollen gerade nachher Drogen verschifft werden. Ich bin gespannt, was für eine Mission uns hier erwartet. Vermutlich im Stile von wegen Stören und dann Verpissen. Also dieses Vorausplanen, was wir schon mal gemacht haben. Hallo, wer bist du denn? Die ganze Community steht hinter dir. Alle mochten Horatio. Das wüsste er sicher zu schätzen. Was ist denn hier los? Ich habe mich in die Kamera gehackt und ein paar Stunden zurückgespult. Man sieht, wie die Tazkars Kisten auf das Boot laden. Da sind eine Menge Typen mit Knarren. Wäre auch sonst so einfach. Danke für die Warnung. Viel Glück, Retro. Okay. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich wäre wieder das Beste, was wir machen können, äh... Die Polizei zu rufen. Wee, yeah. Entschuldigung. Oder kriegen wir die Polizei da oben rauf? Wir müssen zumindestens da oben was hacken. Gucken wir mal. Den da. Oder hacken wir den da? Wir schauen uns erstmal hier um. Ich würde ja fast sagen... Wir probieren es einfach mal. Alle Einheiten 1031. Fahndungsmeldung für einen entflohenen Straftäter. CTOS hat die Koordinaten des Verdächtigen. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Genau. Sehr vorsichtig. Machen wir erstmal ein bisschen Action hier. Laden unsere Bot-Kapazitäten auf, weil wir es bestimmt noch ein paar Mal brauchen werden. So. Geht mal hoch da. Ist euer. So, was machen wir noch? Äh... Wer wird schon gesucht? Okay, hier ist schon voll die Action. Okay, die rufen schon Verstärkung. Das können sie tun, aber es... Halt. Ich brauch dich. Ne, ich brauch dich nicht. Äh... Ich brauch hier Zivilisten. Jetzt sind keine mehr da. Verdammt. Oh, hier ist die Verstärkung. Aber die ist, glaube ich, noch nicht gegen uns. Oh, die Schie... Überleben die? Haben die Cops überhaupt noch überlebt? Ja, die sind noch da. Danke für das Bot-Netz. Ja, da oben ist die hin. Da oben ist die Action. Oh, der Nächste. Wollen wir noch wen? Da. Ja, macht euch mal alle. Kommt. Oh. Und. Ich, ich hab nichts gemacht. Ich bin ganz artig. Boah, Leute. Ja, kommt. Kommt, 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 kommt. Irgendwann kommt hier. Kommt. Ja, das... Aua, aua. Los kommst. Das macht immer alle. Ja, los. Ja, komm. Oh, ey. Guck doch mal, was die aushalten. Ist ja Wahnsinn. Da kommt schon wieder Verstärkung. Da hinten, was ist da? Ah, okay. Bot-Netz auf... Ja, super. Granaten. Oh, oh, oh. Okay, mir ist ins Wasser gefallen. Hallo. Da ist echt gerade voll die Action. Irgendwie gefällt mir das, muss ich mal sagen. So. Wir gehen nochmal hoch. Wir laden nochmal die nächsten Cops ein. Schick noch mehr Jungs herunter. Und da. So. Okay, die haben Verstärkung geholt. Mal gucken, ob das überhaupt was bringt jetzt. Weißt du? Ja. Müssen wir hin? Wir müssen an mehreren Stellen. Wir müssen nämlich das... Ah, da. Aber so, dass wir nicht gesehen werden. Vorsichtig. Okay. Ja, komm. Komm, komm. Sauber. Hallo. Was? Güter Madre? Den da hinten müssen wir noch... Ach, das ist gut. Das ist gut. Ähm. Da oben ist was. Aber ich komm nicht hin. Wir haben keine Cops mehr. Oder? Aber Cops. Weiß es nicht. Da haben wir Cops. Da oben ist ne Kamera. Komm. Ja. Einmalig. Straftäter gemeldet. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Er hat einen von uns getötet. Jungs. Passt auf euch auf. Wo ist die nächste? Da oben ist, ey. Okay. Also wir haben einmal da eine. So, den nehmen wir uns auch noch vor. Können wir gerade noch nicht. Oh, oh. Der kommt. Der kommt runter. Oder? Oder? Einsatzeben haben Endungen zu einem Kriminellen. Im angegebenen Statt. Ach, ich kann immer nur einen. Ah. Wo sitzt er denn? Der kommt. Okay, der wird gerade verhaftet. Sehr gut. Der wird gerade verhaftet. Danke für die Botnet-Aufladung. Ja. Jetzt flüchtet der gleich. Und dann gibt es hier Ballerei. Wo ist der Nächste? Der flüchtet. Sehr schön. Voll Action hier, wa? Also mir gefällt das. Muss ich einmal ehrlich sagen. Ich muss hier rum, wa? Oh, oh. Nehmen wir den Fässer hier. Okay, einer ist da oben. Und eins ist da drüben. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ja. Sauber. Wir haben nur noch ein paar hier. Oh, da rennt einer. Wow. Okay. Den müssten wir noch eine verpassen, oder? Oder schaffen wir es so? Ich gucke mal. Ich glaube, wir müssen da oben. Komm, das schaffen wir. Wer rennt da unten rum? Jawoll. Ich glaube, das haben wir ganz souverän gelöst. Ho, 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 ho. Jetzt müssen wir bloß da runter. Gesamte Kokainlieferung zerstört. Die wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Verzieh dich mal lieber. Ach, guck mal, hier hätten wir. Ach, die, nur hier. Naja, wir verziehen uns. Und zwar dorthin, wo wir reingekommen sind. Und die Polizei ist super. Also, ich glaube, das ist fast mit das beste Gimmick, was wir haben. Da rüber. So. Wollen wir mit dem Boot fahren? Na klar. Komm, wir nehmen das Boot. Ist das irgendwas Glücksspielhaftes? Was ist denn das? Seht ihr das Symbol? Was ist denn das? Wahrscheinlich irgendwas, womit ich mir jetzt die Motion kaputt mache. Aber ich muss wissen, was das ist. Was ist das? Wegen Hom? 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 Was ist das? Ach, eine Mission. Aha. Hey, ich hab' gerade was mitgehört. Bei einer Frau sind plötzlich alle Ausgaben in die Höhe geschossen. Was ist denn da los? Ich suche mal die nächste CTO-S-Box. Mal sehen, welche Infos die über sie und ihre Nachbarn sammeln. Gib mir Bescheid. Das ist schräg. Wir kommen nicht rein. Markier's. Ich seh' mal nach. Du meinst, selber hingehen? Ja. Neue Operation verfügbar. Ripcode. Das ist eine Neemission. Sehr schön. Und? Wie sieht's aus? Gerecht haben wir Horatio, aber damit nicht. Überhaupt nicht. Und ich glaube, es geht noch weiter. Okay, die Tescas in diesem Video, die die Horatio entführt und getötet haben, die als Nächste. Der Boss nennt sich Pablo der Häuter. Er versteckt sich irgendwo. Die anderen sind Luis Trevino, Tina Huerta und Roche Gutierrez. Sie treffen sich in den trockenen Kanälen, um über DedSec zu sprechen. Gut, die holen wir uns. Okay, in den trockenen Kanälen, die sind wo? Ah, da hinten. Da ist auch nochmal ein Hacking-Ziel. Haben wir hier irgendein Schnellreiseziel? Das hier nur. Und ich glaube, also wir bräuchten wahrscheinlich bessere Elektroschocker. Also die schnelle Nachladen und solche Sachen. Also vielleicht nicht nur eine Pistole, sondern, ne? Wir sind aber jetzt nicht wieder in ihrem Gebiet, oder? Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Geht doch bestimmt hier hinten trotzdem durch, oder? Okay. Indirekt geht's hier durch. Yeah. Oh. Ist so ein Konflikt. Ach, das haben wir natürlich auch nicht, ne? Notruf. Was ist passiert? Hui. Ich rufe an, weil du schusst hast. Aber nicht wegen mir. Sicher zu, Bro. So, Weltfreund. Schön, dass du hier bist, Retro. Alle bei DedSec sind stolz darauf, dass du Horatio rächen willst. Danke. Was geht ab? Ich hab mal ihre Telefonate mitgehört. Travino ist schon da. Ja, die anderen beiden sind unterwegs. Okay. Okay. Bring dich lieber in Sicherheit. Viel Glück, Mann. Warum machen wir eigentlich die ganze Geschichte hier ständig? Ah. Travino. Aha. Alle neutralisieren. Wie können wir das am besten? Da hinten läuft einer. Da kommt der nächste. Ah. Es ist sowieso verkehrt, was wir jetzt tun. Aber mal schauen. Jetzt bräuchten wir eine Fernwaffe. Ah. Denn so weit reicht unsere Waffe hier nicht aus. Da drüben ist der nächste Punkt. Ich verfolge Gutierrez. Er ist jetzt am Treffpunkt. So, mal gucken, was wir hier triggern. Zumindest der erste Versuch. Wir gehen mal da oben lang. Ich glaube, das ist besser. So, neutralisieren. wird sie bereuen. Der Wichser Gutierrez ist abgehakt. Luis Travino wird uns nicht mehr ärgern. Okay. Nee, oder? Habt ihr gesehen, was ich da reingefeuert habe? Das war schon, letztes Mal schon aufgefallen. Man. Wow. So. Aber wir haben eine Taktik. Wir haben eine Taktik. Nee, hier noch nicht, ne? Ja. Okay. So, dann machen wir ein paar Pfeilen auf hier. Jetzt bleibt er da drüben stehen. Das ist doch gemein. Ja. Und? Der Fixer Gutierrez ist abgehakt. Risa. Ich habe Tina Huerta im Visier. Sie ist gerade angekommen. Wird sie bereuen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Markus, der letzte von den Pennern will sich verziehen. Ja, ja, ja. Ich habe es nicht vor. Ich brauche Auto. Ich brauche Auto. Komm, 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 komm. Ja, doch. Wo will der lang? Ich habe keine Ahnung, wo der langfährt. Ach, Mist. Da hinten ist er. Wo auch immer der hin will. Aber er ist zu Fuß unterwegs, wie es scheint. Oh, die ballern sich gegenseitig ab. Notruf. Worum handelt es sich? Scheiße, hier schießt jemand. Hilfe! Komm, den schaffen wir. Den müssen wir schaffen. Das Motorrad. Das Kapern wurde schnell. Komm. Komm, 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 komm. Was? 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 Oh! Da ist... Ich bin ein bisschen gerade... Das kann doch nicht sein. Ich bin gleich tot. Ich wollte doch nicht die Laute. Ich hab's die falsche Waffel. So, jetzt nochmal. Jetzt aber. Sauber. Also abrollen kann er ja schon mal gut. So, ich hoffe, das geht. Das reicht aus. Och, nö. Das ist keiner. Der Wichser Gutierrez ist abgehakt. Okay. Wie sind die anderen? Ich schon wieder. Bis zur nächsten Folge. Ich muss mich erstmal sammeln. Euer Firefox.